Ach komm Blahn, das ändert doch mittlerweile. Jetzt, lass doch die Fördermucken verpiss dich. Ich will in Ruhe chillen, aber du brauchst das Tag des Chillens. Ja Marco, hier ist doch gut. Wo bist du da? Ja, ich frag bloß wo. Naja, weil das nicht so angehört hat, als wäre es dann in Niagara Fälle. Bist du am Montag wieder da? Gut, ist gut. Naja, ich lieg grad in meinem BMW herum und weiß nicht mit dem Tag was anzustellen. Ja, so richtig. Ja, sowas gibt es bei mir, weil man Alte gestern gemahnt hat, irgendwelche Selbstmordversuche irgendwie durchführen zu müssen. Deswegen musst du dir die Nacht durchmachen und einen aus Seelenklempner machen, verstehst? Und jetzt stehe ich da, jetzt ist es wieder zu warm zum Schlafen. Äh, wie scheiße ist das? Du warst, du warst, du warst, du warst doch selber wie die jungen Weihäute doch sind. Und die Buskoch. Und deswegen langweilig ist es nicht hier. Ja, mein Programm wäre ja eigentlich daraus bestanden, dass ich heute und morgen an den Brombachsee rüberfahre, bei dem schönen Wetter. Ja, das Problem besteht darin, dass ich genau noch so viel Sprit habe, dass ich auf Röttenbach dann am Montag komme. Richtig. Genauso, genauso schaut es so wie ich am Eichhausen aus. Vier Backen gewischt habe ich genau noch und eine Backen Trostbrot und das muss mir für komplette Wochen reichen. Ja, ne. Ja, gib mir eine gescheite Freundin, ich bin sofort dabei. Ja, wie lange hast du sogen müssen? Ja. Ja. Ich könnte mich alleine gut beschäftigen, wenn ihr einen Sprit im Tank hängt. Ja. Ja.